Ja, was auch immer er da tut, sprechen wir ihn mal an und fragen ihn. Vielleicht braucht er ja Hilfe. Vielleicht sind wir an einen Wrack reingefahren oder sowas. Können wir mit den anderen sprechen erstmal? Oh, eine Pflanze. Können wir mit der... Ey, 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 Kamera. Ey. Können wir mit der Pflanze sprechen? Nein, Kamera. Oh, okay. Wir haben es automatisch schon gemacht. Ja, also als jemand mit einem Balkon und mit einer Mutter, die gerne Sachen anpflanzt, es kann sehr anstrengend werden, Sachen anzupflanzen. Wir haben Tomaten mal angepflanzt, also mit der Mutter Tomaten mal angepflanzt und... Die sind ausgeboren und die waren richtig lecker. Ich muss euch sagen, angepflanzt und Tomaten, die sind tausendmal besser als die aus dem Laden. Ich meine, macht ja auch Sinn, weil die Ladenproduktion kennt man alles. Aber wow, die waren so gut, aber es hat so lange gedauert. Und Früchte haben auch irgendwie nicht funktioniert, weil es irgendwie zu windig ist. Oder dann ist das zu warm oder zu kalt oder zu sonnig oder zu trocken. Ach, ich hasse da Gartenarbeit. Ich würde gerne Garten haben und Gartenarbeit machen, aber ich wäre einer von den Menschen, die würde sich jeden Tag beschweren, dass Gartenarbeit ätzend ist. Hey, ähm... Achso, wir können nur mit beiden reden, ne? Oak und Tiddyk. Tiddyk bist du hier unten, ne? Oak ist oben. Wie geht's dir? Was machst du da gerade? Oder auch nicht. Wir gehen... Ja, ich kann einmal kurz helfen. Aber wenn jemand wirklich Hilfe braucht, kann man doch nicht einfach seine Menschlichkeit aufgeben. Du meinst, das ist eine Falle? Also nur mal nebenbei. Was ist dieses Klopfgeräusch immer? Ich meine, sind das die Schritte auf dem Boot oder das Boot allgemein? Ich gucke die ganze Zeit zu meiner Seite, weil ich die ganze Zeit denke, plötzlich klopft jemand. Und das ist gruselig. Ich will allein zu Hause. Das würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. Ach, können wir da... Nochmal mitreden gleich? Erstmal untersuchen. Das geht nicht. Okay, das ist ein bisschen, ähm... Das ist ein bisschen blöd wegen der Kamera. Wenn man was anklicken möchte. Oh, ich hätte so gern Kenny hier. Wir haben endlich ein Boot. Das ist doch... Die Macher von The Walking Dead sind die größten... ...n... 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 ...männer. Ich weiß nicht, oder? Ich meine... Wir haben die ganze Zeit Kenny gehabt. Da, ich brauche ein Boot. Wir müssen ein Boot finden. Das ist ganz wichtig, ein Boot zu finden. Was passiert? Die Einzige, die irgendwann ein Boot bekommt, ist Michonne. In einem Teil, der gar nichts mit unserer Hauptgruppe zu tun hat. So ist das traurig. Ein Sack Reis! Hier muss ich mir angucken. Ich will Reis haben! Oh Gott. Ihr habt... Warte, könnt ihr nicht Kartoffeln anpflanzen oder so versuchen? Ne, warte, das ist blöd auf einem Schiff. Nein, Moment. Ähm... Nudeln? Mehl? Irgendwas? Weizen? Weizen und dann Mehl machen und so weiter? Keine Ahnung. Wer ist das? Wieso kann ich nicht mit dem reden? Das stört mich. Ich will mit dem reden. Egal, wir gucken jetzt einmal nach vorne. Hier ist das Bug. Einmal, äh... Zur Küste sehen oder fern? Lassen wir wenden. Wir gucken erst mal zur Küste. Mit dem Fernglas? Richtig? Haben wir direkt was entdeckt? Ernsthaft? Okay. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich habe noch die Wahl zu gucken. Ich weiß nicht, was ich triggere, wenn ich... Ich hoffe, ich triggere nichts, wenn ich das mache. Ich würde gerne alles andere auch noch angucken. Kann ich das auch benutzen? Nein. Oh je. Die Kamera ist ein bisschen ätzend. Also, ah, Möwen! Ich finde Möwen super. Aggressive kleine Viecher, aber sie sind irgendwie super. Oh, was ist das? Ein altes... Das ist doch ein Boot. Vielleicht ist das ja ein Mobjack. Ja, ein Boot. Ja, gut, ein Fähre. Aber darf ich vorher noch den Rest angucken? Oh, ich darf noch, Gott sei Dank. Ähm. Okay, ich konnte mich gerade nicht richtig bewegen. Ich dachte, weil die hinter mir stehen, aber nein. Also, wir haben eine alte Fähre. Im Wasser sehen wir so nichts. Ja, ich weiß nicht, ob die Taschenlampe da wirklich so gut hilft. Okay, da ist eine Spezialtaschenlampe. Ja, so doll hilft jetzt auch nicht. Ah, das ist ein Wrack unten, ne? Ja, dachte ich mir schon. Da sind wir gegen gefahren. Aber wir können doch nicht... Was ich nicht entschuldigen. So ist verständlich. Ja, da draußen kann es richtig schlimm werden. Was? Warum sagt sie das so aggressiv? Was? Ich wollte ihm zustimmen. Nein! Telltale! Nein, ich wollte dir doch zustimmen. Ich meinte das im Sinne von Du hast recht. Weißt du, dass es hier schlimm ist, aber draußen wird es noch schlimmer oder so? Mann, ich bin sozial inkompetent. Was soll das? Es tut mir leid. Ach, weißt du was? Du kannst mich mal. Dann halt nicht. Da habe ich auch keine Luft mehr, wenn ich dauernd falsch verstanden werde. Ja, wir sind auf dem Ozean. Nicht auf einem See. Ich dachte, vielleicht so ein See mit einem kleinen Eingang oder so, wo wir reingekommen sind. Aha, Wald. Wasser ist nichts. Nee, da gibt es nur Wasser und vielleicht ein paar Fische. Vielleicht finden wir Nemo. Ach, Piraten spielen. Okay. Dann mach mal. Ich gehe weiter. Da muss ich... Ich muss noch über diesen Rand hier gucken. Das ist ganz, ganz wichtig und dann ist bestimmt alles fertig. Wir sehen bestimmt das Wrack wieder, oder? Nee, diesmal gar nichts. Moment, was machen wir denn jetzt sonst? Wir hatten doch alles angesehen. Hallo, Jungs! Ah, The Companion. Ein guter Name für ein Schiff. Schlicht, aber doch sehr wahr. Was genau sollen wir jetzt... Können wir mit ihm... Achso, wir müssen... Ja, klar, wir müssen ihm das sagen mit dem Boot. Hab ich ganz vergessen. Ich darf das irgendwie automatisch jetzt. Ja. Okay. Kann aber auch sein, dass die Fähre Mobject heißt und wir ein Problem haben, wenn wir da raufgehen. Äh, sieh uns doch die Fähre an. Ja, müssen wir. Aber wir kommen ja nicht weiter, also müssen wir schwimmen. Sollen wir denn da hinschwimmen oder haben wir ein Beiboot? Oh, weiter. So, we're just gonna sit around and wait it for you. You wish. Ah, Wettstein! Mach sie scharf! Ich mach ganz schnell meine Maus! Okay, das sprig nicht. Wir machen ganz nacht. Langsam zur Seite? Oder muss ich doch so machen, wie's gemacht wird? Oh, das war doch richtig. Ich musste so komisch schnell machen. Da wollte ich einmal sanft sein und dann das. Ich denke mal, wir haben bestimmt ein Beiboot. Denn schwimmen möchte ich echt nicht. Das ist der Plan. We'll get what we need and get out. That's the plan. Good. Come on. Let's get going. Bye, Mom. Wir sehen uns. Ja, wir haben ein Beiboot. Gott sei Dank. Ich trau den Spielen nicht mehr. Was war das denn gerade für eine Ansicht von ihr? Ich meine, es ist mir schon klar, dass da irgendwas passieren wird bei der Fähre. Das könnt ihr euch bestimmt auch denken, aber... Das war dieses... WUSCH! Oh, ich seh, es ist ein bisschen verschwommen. Und es wird heller. Da wird irgendwas passieren. Ich denke, es wird die Mobjack sein. Heißt bestimmt einfach so. Wenn nicht, dann wüsste ich nicht, wo es sein sollte. Aber es wird halt sehr gut passen. Bye, bye, Boot. Dann hör einfach auf zu reden. Nein, irgendwas stimmt nicht, denke ich mal. Hey, ich hätte dir auch sagen können, halt die Klappe, aber das habe ich mal nicht gemacht. Ich mag den Piet. Oder Oak mag ich auch. Was ist denn? Wir sind auf einem Schiff, also seien Pirat. Piraten sind heiß. Also, Piet, ähm... Sieht gut aus. Ja. Na ja, es gibt nicht viel, woran man lachen kann. Okay, so fies bin ich jetzt auch nicht. Hey, ich mag euch. Außerdem haben wir Mom auf dem Boot. Wir könnten jemals unsere Mutter zurücklassen. Es hilft mit dem Boot. Ich denke, das können wir alle verstehen. Dieses konstante Ablenken, wenn man traurig ist. Oh mein Gott, was soll das? Warum? Kann man nicht ein friedliches Gespräch haben? Verdammt. Hier ist doch noch Wasser-Zombies. Hi. Eine alte Hexe. Genau, tritt ihr ins Gesicht. Oh mein Gott. Okay. Können wir bitte gehen? Können wir bitte gehen? Pan? Irgendwas? Oh Gott. Okay. Ja. Schlag den Nächsten. Nein. Oh mein Gott. Wir müssen ihm helfen. Oh, wir gehen auch runter. Oh mein Gott. Wieso haben wir das überleben? Hallo? Wir sind keine Meldung, Frau? Hä? Fass mich nicht an. Du komischer. I'm not mad. Wo bist du? Ich brauche Hilfe. Lass mich in Ruhe. Mann, sind die... Die Tommy ist ja ganz schön nett, dass die auftauchen schon und einfach einen Boot zu beißen. Wo ist Pete? Oh, ich hoffe, Pete überlebt das. Ja, Pete. Oh, bitte sei nicht gebissen. Mann, ich hab doch gesagt, ich will nicht schwimmen. Jetzt müssen wir doch schwimmen. Ganz schön. Cool. Ganz schön. Gott, ey. Lauf. Das war zerstörend. Das war zerstörend. Danke. Mann, du hast mir den Stein hochgeholfen. Das war wichtig. Das war zerstörend. Gott sei Dank hatten wir die Machete gewetzt vorher. Verdammte Zombies. Selbst im Wasser gab man nicht seine Ruhe. Da, da stand Mobjack. Das ist die Mobjack. Da ist die Frau. Oh nein, vielleicht ist es doch eine Falle. Da steht Mobjack. Blätsel sind sie drinnen. Und wenn es eine Falle ist, dann macht das Sinn. Einer muss es ja. Also ich fände das... Ich glaube, die Leiter ist besser. Oh, Krabbe! Mr. Cramps! In mir. Hallo! Willst du uns begleiten? Krabsy? Da hinten ist noch eine Krabbe! Mr. Krabs auch zwei! Oh. Streiner. Mann, ich wollte mir ein paar Krabben angucken. Und den Strandurlaub genießen. Eine Krabbe! Wow! Okay, compete. Wir... Geschweißte Platte? Hast du die geschweißte Platte? Oder ist es da hinter dir? Ne, das ist hinter dir. Äh, hier. Mobjack. Können wir ihm jetzt endlich sagen, dass das die Mobjack ist? Ja. Ach, du fragst dich, ob es das ist? Was soll es denn sonst sein? Wie viele Orte heißen Mobjack? Oh, ich hoffe wirklich. Ich will nicht durch das Fenster gehen. Das Fenster ist mir zu unsicher. Wer weiß, ob einen da plötzlich jemand da wartet. Oh, natürlich kommt der jetzt direkt hinterher. Hättet ihr ihm noch ein bisschen Zeit lassen können? Oh, ich muss klettern. Okay. Hopp. Oh! Oh, mein Gott. Okay, Leiter war vielleicht doch ein Fehler. Ich bin mir unsicher. Na, komm schon. Pete, du auch, bitte. Na los, Pete. Ach komm, das war doch eigentlich hoch genug. Oh, mein Gott. Ah, Kuh. Wieso immer Kuh? Mein Arm war Finger. Wow, vom Fenster hätten die locker hinterher kommen können, ne? Ich bin froh, dass wir Leiter genommen haben. Highground, Leute. Highground ist immer das Beste. Es sieht nicht aus, ob hier jemand wirklich lebt. Ja, aber keine Langeweile. Also, ich denke nicht, dass es seine Freunde waren. Ich denke immer, das waren Fremde. Und es sind vielleicht auch keine guten Fremde. Keine guten Fremden, so. Ich weiß genau, wie es hier ist. Vielen Dank.